Ciao meine Damen und Herren, schaut mal was da reinkam, oh yeah. Wir haben die Coinen einmal upgraded auf Silber und machen noch geschwind die nächsten Picks. Man hat jetzt nur noch 14 Stunden Zeit, also beeilt euch ganz fix damit. So sehen meine Picks für die Legends Stage aus, die habe ich auch wieder von Sneasel an den Start gebracht. Und beim letzten Mal lachen wir ja doch ziemlich gut, also von daher, gib ihm und let's go. Diese Picks könnt ihr wie gesagt auf eigene Verantwortung gerne mit übernehmen. Und ich update die ganze Schose jetzt und schon sind sie gelockt. Das hier ist nur ein winziges kleines Update-Video, darum jetzt nur kurz noch die Anmerkung, dass ich jetzt gleich wieder den Livestream anmache. Heute ab 20 Uhr, also Freitag, ist der Stream wieder am Start. Es gibt heute das letzte Mal die Chance in die Glove-Giveaway-Geschichte reinzugehen. Und natürlich werden wir neben den Gloves auch noch wieder ein normales Giveaway mittendrin irgendwann im Stream haben. Und seit neuestem haben wir auch die ganzen Random-Giveaways, die die Mods starten können. Also von daher, man kann sich einiges absennecken, aber natürlich vor allem Spaß und Mitspielerei. Also bis gleich im Stream auf Twitch, Link ist in der Beschreibung. Und hier sind wie gesagt die Picks ohne mein Gesicht. Viel Spaß damit. Later.